Urlaub ist für viele das Schönste im Leben. Und wem kann man es verdenken? Wo, wenn nicht hier, macht man es sich gemütlich und lässt die Seele so richtig baumeln. Nur, Urlaub kann man auch zu Hause haben. Ich fahre gern in den Urlaub, aber ich komme noch lieber heim. Und Sie kennen das wahrscheinlich auch selber. Wenn man im Urlaub ist, man sehen Sie einfach noch zu Hause. Und wenn man dann zu Hause Urlaub machen kann, das ist natürlich sensationell. Mit einem Pool, Schwimmbecken oder einem Whirlpool wird es möglich. Und die Profis von Delfin Wellness sind dafür der richtige Ansprechpartner. Wir machen Folienbecken, Edelstahlbecken, Bolesterbecken, Feinsteinzeugbecken, das heißt gefließende Becken. Sie kriegen bei uns jede Art von Schwimmbad, die sie sich wünschen. Achten müssen Sie auf den speziellen oder perfekten Aufstellort. Es ist ganz wichtig, dass da auch die Privatsphäre ein bisschen geschützt wird, dass das Pool in der Sonne ist. Das Whirlpool muss nicht unbedingt in der Sonne sein. Das Pool sollte in der Sonne sein. Man sollte sich Gedanken machen über die Wasseraufbereitung. Wie viel Arbeit möchte man investieren beim Pool, beim Betreiben des Pools. Und ganz wichtig ist auch die Form der Abdeckung. Zum herrlichen Urlaubsfeeling zu Hause gehört aber nicht nur die Abkühlung, auch die Hitze einer Sauna oder Infrarotkabine. Und auch dafür sind Sie bei Delphine Wellness absolut richtig. Im Saunabereich ist es ähnlich wie beim Pool. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Der Trend ist aktuell eher ein All-in-One-Produkt kaufen. Das heißt nicht nur eine Sauna oder eine Infrarotkabine, sondern in Kombination, wo ich Bio-Sauna, finnische Sauna, Infrarot und vielleicht sogar eine Dampffunktion dabei habe. Lösungen, die nicht nur Trends folgen, sondern genau auf den Kunden abgestimmt sind. Das ist die Devise. Und Beratung steht daher im Vordergrund. Ganz wichtig ist eine Beratung einzahlen bei uns. Wir haben immer wieder da, wo Kunden zu uns kommen und sagen, wenn ich das gewusst hätte vorher oder man müsste sich einen Pool oder einen Whirlpool zweimal anschaffen, damit man einen richtigen hat. Wenn man da zu einem kompetenten Berater kommt, dann kann man sich das alles ersparen. Dann habe ich wirklich ein Projekt, das was ich einmal projektiere und mein Leben lang genieße. Modernste Lösungen und kompetenteste Beratung bei Wellness für zu Hause. Alle Informationen dazu finden Sie auch noch auf delfin-wellness.at